Hi, mein Name ist Thorsten Rees und ich bin der Erfinder von Mr.Muff und ich habe gute Nachrichten für euch, denn es gibt sie wieder, die Muffins sind wieder da. Ganz viele von euch haben schon gefragt, endlich ist es soweit, sie sind wieder erhältlich. Die Muffins sind Stoffauflagen für deine Snare oder deine Toms und schaffen sofort einen Instant Ringo Sound. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass du einen Vintage Drum Sound hast, den du sogar noch verstärken kannst, weil die Muffins sind stapelbar. Man kann sie stacken, das heißt der 10er passt in den 12er, der 12er, in den 14er und so weiter. Mich hat immer ein bisschen gestört, wenn ich meine Snare dämpfen wollte, dass ich da so ein Geschirrtuch nehmen muss, drüberhängen und dann noch festklipsen und dann hängt es da noch auch über den Trommelrand runter und deswegen sind die Muffins genau passend für deine Trommel. Du kannst sie reinlegen, du kannst sie mit dem On-Off-Label sofort wieder rausziehen, wenn du es nicht haben willst. Das heißt, das Ganze ist sehr schnell auch drauf und wieder runter. Der 10er Muffin hat dann noch das extra Gaming, nämlich ein kleines Knopfloch, womit du dann den 10er über das Becken oder in die High-Hat reinlegen kannst.